Die Bürger der Gemeinde Syll standen am Sonntag vor einer richtigen Entscheidung. Sollte der aktuelle Bürgermeister Nikolaus Heckel im Amt bleiben oder nicht? Und die Bürger wählten. Wenige waren es, weniger als bei der Bürgermeisterwahl. Nur rund 43% der Einwohner beteiligten sich. Gegen 18 Uhr sollten die ersten Ergebnisse zur Abwahl des noch amtierenden Bürgermeisters Nikolaus Heckel verkündet werden. Wir lassen für Sie den Abendrevue passieren. Es waren überdurchschnittlich viele Medienvertreter anwesend. Die Meinungen waren gespalten, die Spannung groß. Es ist Sonntag, 17.57 Uhr, der 29. September. Ein wirklich spannender Tag auf Sylt. Ich sitze hier auf der Auswechselbank, könnte man sagen. Das ist auch schon unser Thema. Heute geht es darum, ob der noch amtierende Bürgermeister Nikolaus Heckel ausgewechselt werden soll. Wenn der ausgewechselt werden soll, muss er aber erstmal seine Amtszeit beenden. Er möchte sie nicht beenden. Aber der Gemeinderat und viele andere sagen, doch, Heckel muss weg. Nun hat der Wähler das Wort. Wie er votiert hat, das erfahren Sie hier bei Söhle 1. Unser Chefredakteur Axel Link traf sich mit dem Listerbürgermeister Ronald Bank, um die Stimmen auf der Insel zu erfassen. Ich habe schon kurz anmoderiert. Das ist ja quasi die Auswechselbank. Da könnte jetzt jemand sitzen, der ausgewechselt wird. Roland Bank wird nicht ausgewechselt. Aber Ronald Bank ist Bürgermeister und der weiß, wie es ist, wenn an einem Bürgermeister gezweifelt wird. Wenn andere sagen, du machst das ja gar nicht richtig. Das ist gar nicht so einfach, oder? Nein, natürlich. Aber das muss man natürlich vorher wissen. Wenn man so einen Posten annimmt, dann, glaube ich, musste man ein breites Kreuz haben und viele schlucken. Das ist ganz normal. Also können Sie sich in die Lage von Nikolaus Heckel versetzen. Auf der anderen Seite sagen Sie aber auch, okay, die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Und in Augen der Amtsgemeinden, die waren ja auch mit dabei, hat das nicht richtig gemacht. Nein, wir haben es ja viele Jahre probiert mit Schlichtungsgesprächen beim Landrat und beim Kreis, aber es hat leider nicht gefruchtet, sondern es wurde schlechter statt besser. Und von daher begrüße ich natürlich dann auch einen Wechsel. Nun, es ist quasi jetzt 18 Uhr, Schlag 18 Uhr. Es gibt zwei Möglichkeiten. A. Herr Heckel ist von den Bürgern abgewählt worden. B. Er ist nicht abgewählt worden. Zwei Optionen. Welche Ihnen lieber ist, haben wir jetzt schon vernommen. Aber jetzt gehen wir mal an die Position, mal angenommen, er bleibt. Und dann? Ja, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil das Vertrauensverhältnis völlig zerstört ist, sowohl in der Politik der Gemeinde Sylt als auch mit den Amtsgemeinden. Also es kann so nicht funktionieren. Und ich, ehrlich gesagt, fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, wie es dann weitergehen soll. B. Okay, gehen wir mal auf die andere Seite. Es passiert, Nikolaus Heckel muss gehen. Jetzt kommt die Fee und sagt, lieber Ronald Benck, wen hättest du denn gerne aus Auswechselstürme jetzt auf dieser entscheidenden Trainerbank da in Westerland? Ja, ich meine, das Ganze muss ja ausgeschrieben werden, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Und ich glaube, dass es da eine Vielzahl an Bewerbern gibt, die qualifiziert und gut genug sind, diesen Posten nach Hause zu füllen. Jetzt gibt es ja bei großen Vereinen ist das ja so, da gibt es einen eigenen Nachwuchs, also aus der eigenen Jugend stehen könnte man nehmen. Es werden aber auch gerne dann sozusagen Teure von außen geholt. Da haben Sie eine, sagen Sie, wir haben jetzt einen nicht amtierenden Bürgermeister, aber einen stellvertretenden Bürgermeister. Wäre das eine Option? Kommen Sie mit dem besser klar? Ja, selbstverständlich. Ich arbeite sehr gut und seit vielen Jahren, wir können das beim Namen nennen, mit dem stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Sylt zusammen. Und ja, er ist qualifiziert, hat einen guten Führungsstil, also von daher glaube ich, dass der auch innerhalb der Gemeinde Sylt akzeptiert wird. Das glaube ich ganz bestimmt, ja. Dann warten wir mal, was jetzt immer rauskommt. Vielen Dank. Gerne. Um 19.21 war es klar, mit einer klaren Mehrheit von über 80 Prozent würde Nikolaus Heckel aus dem Amt gewählt. Heckel hatte die Größe, an diesem für ihn nicht besonders gut verlaufenden Abend ins Rathaus zu kommen. Nein, nein. So, ja, es ist 19.15 Uhr. Man hat am Anfang gesagt, na, die Entscheidung könnte so gegen 20 Uhr fallen. Nun ist sie sehr früh gefallen. Nikolaus Heckel, erst mal herzlich willkommen im Rathaus. Schon mit ein bisschen Wehmut, wenn man hier steht und die Ahnengalerie guckt und weiß, der Weg geht nicht weiter. Auf der anderen Seite, sehen Sie mal es bitte nach, Sie sehen sehr gefasst, fast ein bisschen erleichtert aus. Also Wehmut habe ich tatsächlich nicht. Wenn man in so einem Haus arbeitet, wo es den Winter aus alle Ecke zieht und die Fenster unsicht sind und die Handtücher unterlegen, weil die Fenster Wasser durchlassen, dann ist man nicht wehmütig, wenn man diese heiligen Heim hier verlässt. Also habe ich auch kein Wehmungsgefühl. Und es geht mir gut. Und ich bin wirklich, ich habe mich auf beide Ergebnisse vorbereitet. Beides ist für mich gut. In der einen Variante hätte ich für Sylt weiterarbeiten können, hätte mich gefreut. Und jetzt gehe ich mit 50 in Pension, mit einer super Pensionszahlung jeden Monat. Dank an die Gemeinde dafür. Insofern geht es mir gut und ich freue mich, dass ich jetzt mein Leben genießen kann. Ja, das ist ja dann tatsächlich so. Sie haben sich ja stark engagiert. Sie haben ja auch nochmal klar gesagt, auch kurz vorher, ich bin bereit. Ich bin gesund geschrieben im Grunde genommen. Der Amt hat gesagt, ich kann. Sie fühlten sich auch selber so. Und auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, es war ja genau der Job, der Ihnen ja doch auch zugesetzt hat. Und insofern schlugen vermutlich schon auch zwei Herzen in Ihrer Brust, oder? Nein, das schlagen keine zwei Herzen in meiner Brust. Ich hätte sehr kämpfen müssen, weil jeder mit diesen Infrastrukturproblemen, die wir einfach haben, mit 100 Gremien, 5 Gemeinden, in diesen ganzen Zerwürfnissen, in diesen riesigen Arbeitsprozessen, das kriege ich der Politik nicht vermittelt. Da bin ich anscheinend, ja, kann ich mich nicht gut verkaufen, wie ich auch gelesen habe. Ich habe mich angeboten und nicht, wie es heißt, er kämpft um seinen Chefsessel, habe ich nie gemacht. Ich habe gesagt, ich mache keinen Wahlkampf. Ich habe gesagt, ich biete mich an und wenn ich gewollt bin, dann mache ich gerne weiter. Und wenn ich nicht gewollt bin, dann mache ich nicht weiter. Das war für mich ganz entspannt und das ist immer noch. Ich habe das eben gerade auch geschrieben und gesagt, Sie sind hier und Sie ducken sich halt eben nicht weg. Sie machen das würdevoll. Da kriegen Sie die Streichleine ein. Es gibt doch keinen Grund für Sekt wegducken, auch wenn die Grünen ja mit diesen Anträgen dabei zwei getragen haben. Also ich muss sagen, ich habe es gelernt in der Reha, dass ich den Menschen, Nikolaus Heckel, von den Bürgermeisterposten trennen kann. Und das habe ich, glaube ich, erlebe ich jetzt einfach auch. Der Bürgermeister ist abgewählt worden, der Heckel lebt weiterhin und er wird sein Leben genießen. Er wird einiges nachholen, was er über neun Jahre einfach nicht gemacht hat. Wird Nikolaus Heckel denn auf Sylt bleiben? Das wird sich alles zeigen. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt ja so viele Mängel in der Gemeinde, für die ich auch gekämpft habe, damit sie abgestellt werden. Lebensqualität ist ja hier auf Sylt ja einfach klein geschrieben. Und es gibt Orte in Deutschland, da hat das einen anderen Wert, eine andere Wertung. Und ich habe ja viele Hobbys, die ich auch jetzt ausleben werde. Rettungsdienst fahren, Lehrer in der Fachhochschule, Fitnesstrainer, alles. Das sind alles Sachen, die ich jetzt ausbauen möchte. Und das sind Menschen im Umfeld, die mich mögen, wertschätzen, die wissen, was sie an mir haben. Und insofern werde ich da schauen, wo ich meinen Mittelpunkt finde, wo die Menschen mich möchten und wo die Menschen mich lieben. Und wir begleiten Sie da gerne dabei. Aber jetzt kommt noch mal sozusagen nochmal Ihr letzter, vorerst letzter großer Auftritt. Wir müssen gleich nochmal dem NDR Rede und Antwort stehen. Die werden fragen. Drücken die Daumen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank. Danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, es ist jetzt 19.05 Uhr. Der Pressespräch hat gesagt, ach, es könnte 20 Uhr werden, könnte auch 21 Uhr werden. Nun ist um 19.05 Uhr schon Klarheit. Das zeigt auch, das Wählervotum ist sehr eindeutig gewesen. Es sind noch drei Stimme circa ausgezählt. Aber wir haben das Quorum schon erfüllt. Was überwiegt jetzt die Freude, dass der Prozess jetzt sozusagen wesentlich beendet ist? Man Klarheit hat oder sagen Sie, oh, da liegt das in der Menge vor uns? Also ich möchte in diesem ganzen Prozess jetzt mal, fällt es mir schwer von Freude zu sprechen. Sie können mir glauben, dass wir, ich auf jeden Fall und ich weiß es von unseren Kollegen auch, wir haben schon mit diesem ganzen Prozess Bauchschmerzen gehabt. Ich selbst habe auch die eine oder andere schlaflose Nacht gehabt, weil es menschlich ja ein schwieriges Unterfangen war, dieser Abfall. Auf der anderen Seite haben wir eine Verantwortung für die Gemeinde und wir brauchten einfach einen Neustart, einen Neuanfang. Wir haben es gesehen in den letzten Monaten unter der Leitung von Herrn Kerkam hat sich viel getan. Der Haushalt ist fertig. Wir haben einige Projekte zumindest mal in der Planung angeschoben, auf die wir lange, lange gewartet haben. Sehr eindrucksvoll ist es, dass der Betriebsrat bei der letzten Gemeindevertreter-Sitzung sich ausdrücklich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister Heckel und seinen beiden Stellvertretern Herrn Lung und Frau Kupfer bedankt hat. Und ich denke, das sind alles Zeichen in die Richtung, in die es jetzt gehen wird und muss. So, beim Fußball sagt man, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nun läuft ja ein Prozess an. Ist schon klar, wie der Prozess jetzt aussehen wird? Es muss ja eine Ausschreibung geben. Wie lange dauert das? Wann rechnen Sie eigentlich mit einem neuen Bürgermeister, einer neuen Bürgermeisterin? Also, jetzt sollten wir erstmal das tatsächlich offizielle Ergebnis abwarten. Das haben wir Mittwochabend. Der Wahlausschuss tagt Mittwochabend. Dann werden wir ein offizielles Ergebnis haben. Dann werden wir mit dem Kreis reden, wie es weitergeht. Wir wissen natürlich, wir haben jetzt eine Zeit. Das sind sechs Monate. Die Frage kam vorhin. Es sind sechs Monate, bis wir einen neuen Bürgermeister wählen sollten, sage ich mal. Vielleicht werden wir aber versuchen, nochmal eine Fristverlängerung zu kriegen, weil wir ja auch noch vor strukturellen, möglicherweise strukturellen Veränderungen der Verwaltung auf der gesamten Insel stehen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Wir werden jetzt in Gespräche mit dem Kreis eintreten. Vielleicht werden auch Gespräche mit dem Land erforderlich werden. Und dann werden wir mal weitersehen. Heute Abend kann ich noch nicht sagen, wann wir einen neuen Bürgermeister haben. Ich kann nur sagen, wir haben einen hervorragenden Stellvertreter, von dem ich hoffe, dass er unter der Last nicht in die Knie geht. Okay, also der Laden läuft ja weiter. Das ist das Schöne. Jetzt werden Sie drinnen gebraucht. Da sind auch noch mehr Menschen, die darauf warten, dass der Bürgervorsteher auch sich zeigt. Vielen Dank. Es ist 19.48 Uhr. Gemunkelt wurde es. Es könnte vielleicht ein längerer Abend werden. Wurde es nicht. Relativ schnell war klar. Die Bürger haben eindeutig gesprochen. 4.342 Wahlberechtigte haben gesagt, ja, wir wollen die Abwahl von Bürgermeister Nikolaus Heckel. Das ist vielleicht eindeutiger, sicherlich als Nikolaus Heckel es selbst erwartet hat. Und auch eindeutiger als manch andere Politiker es erwartet haben. Aber im Grunde genommen trifft es die Stimmung hier in der Gemeinde durchaus. Wie geht es nun weiter? Nikolaus Heckel selbst war, das haben Sie ja eben gerade gesehen, total entspannt. Er freut sich sozusagen auf seine üppige Pension, die er bekommen wird. Und die Aufgaben werden hier in der Gemeinde Sylt nicht kleiner werden. Die Zusammenarbeit mit den Amtsgemeinden ist ja damit auch noch nicht gelöst. Und nun ist die Frage, wie geht der Prozess weiter? Andreas Stropczynski hat schon gesagt, jetzt will er erst mal mit dem Kreis und mit dem Land sprechen, weil gleichzeitig solle ja hier die Verwaltung umgebaut werden. Was will uns das sagen? Vielleicht, dass der jetzt stellvertretende Bürgermeister Carsten Kerkam ja schon eine gute Wahl ist. Man wird sehen, auch die nächsten Wochen und Monate bleiben spannend und wir sind für Sie dabei. Und dann werden wir sehen, auch die Verwaltung. Und dann werden wir sehen, auch die Verwaltung. Und dann werden wir sehen, auch die Verwaltung. Und dann werden wir sehen, auch die Verwaltung.